Wenn ich es Ihnen doch sage, er hat sich selbst in die Luft gejagt. Hey, hast du Latotzke gesehen? Moment mal, der ist irgendwo da hinten, quatschend der Feuerwehr. Ja, was? Erste Bestandsaufnahme? Weiß ich auch nicht. Der Verdächtige ist tot, Kollege Wienau ist auf dem Weg ins Krankenhaus und dem Elefanten geht's prima. Warte, mit dem redest du da? Ja, ja, der Glaselefant, das ist ein Wahrzeichen hier. Wienau? Na ja, der hat das an der Hand erwischt. Wir mussten ein paar seiner Finger aufsammeln. Ich schätze, aber das kann man alles wieder annehmen. Ich spreche mit Müller. Müller? Was will der denn? Der will gar nichts. Ich habe ihn angerufen. Ja, gib mal her. Hallo, Ditters hier. Ja, nur eins. Ihre ganze Fahndung war ziemlich für den Arsch. Ja, Sie kommen hierher mit der Digital-GSG9 und der Typ war noch nicht mal online. Wir haben sein Handy gefunden, das hat er aus dem Museum. Modellrente 98. Was? Ja, ich bin fertig. Ich will mit dir sprechen. Lenz? Ja, ja klar. Ja, wir sind alle ein bisschen durch. War eine schwierige Aktion. Ganz alleine haben wir das gemacht. Kannst du ihm sagen? Nee, 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 wir haben noch keine Personalien. Wo die Leiche ist? Haha, ich sag mal überall und nirgendwo, ne? Hä, was? Nein? Nein, ich habe nicht getrunken. Nichts haben die gerissen hier. Wenn ich es Ihnen noch sage. Außer Stromverbrauchern! Ditters, Ditters, komm doch mal, Ditters. Ich komme jetzt auf die Idee. Was ist denn echt jetzt? Wir müssen mal gehen. Ja, die Lage ist ziemlich unübersichtlich hier. So, Lenz, leg mal schön auf, ich habe da was. Psst, ich rede nicht mehr. Na ja, das passt doch gut. Mit dem wollte ich auch mal sprechen. Komm mal her. So, Müller, sind Sie da? Also folgendet. Der mutmaßliche Täter heißt Dietmar Eggert. Oder hieß. Also, der ist ja nicht mehr. Pensionierter Studienrat und Freizeitlandwirt. War früher mal in der SPD und dann in der CDU. Und ab 2000 bei den Grünen. Und dann ist er Richtung rechts abgerutscht. So, ähm, warten Sie mal, das habe ich mir doch gemerkt. Hier, sag jetzt. Äh, völkisch. Ja, ja, nee, ist klar. Sicher. Besonders verlässlich war der nicht, so politisch gesehen. Wobei, die drei erstgenannten Parteien haben ihn ja auch jeweils schön aus der Partei rausgeschmissen. Aber woher weiß der das? Ja, Dieters, hör schön zu und lerne. Sind Sie noch da, Müller? Woher ich das weiß? Also, einer der Feuerwehrleute, dessen Schwager ist gut bekannt mit der Tochter von dem Eggert. Also, wie gut die jetzt bekannt ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Und der hat mir das erzählt. Da wird natürlich alles schön nachgeprüft. Hm? Was? Verstehe ich nicht. Was hat der Lenz gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Nee, nee. Das stimmt. Ja, gut, von Leiche im eigentlichen Sinn kann man gar nicht sprechen. Der Feuerwehrmann hat auch nicht Dietmar Eggert identifiziert, sondern seinen Traktor. Naja, genau. Ja, weil Eggert mal versucht hat. Ist auch egal. Das ist ein Yonder 66-20, hier so ein grüner mit so einem gelben Hirsch drauf. Und sehen Sie, Internet ist gut, aber wenn man einen kennt, der einen kennt, ist besser. Kollege Müller, ich muss, wartet noch viel Arbeit hier auf uns. Bis die Tage mal. Tschüss. Ja, 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 da ist aber einer oben auf. Komm, hör doch auf. Es wurde aber auch mal Zeit, dass der ganze Spuk hier vorbeigeht. Stadt abgeriegelt, Ausgangssperre, ein Täter, der sie in Luft auflöst. Und am Ende ist es ein rechtsradikaler Ökosozialdemokrat, der Schleichwege kennt. Ich hab gehört, die sind im Kommen. Weißt du, der war wohl ziemlich durchgedreht. Hat irgendwelche Verschwörungstheorien geglaubt. Was ist? Nix ist. Die Welt wird nur immer bekloppt da. Und nicht nur in Hamm. Hey, guck mal, guck mal. Er müsste Wienau sein. Er fliegt in so eine Spezialklinik. Die können hier wohl nicht so gut Finger annähen. Arme Sau. Scheiße. Ohne Wienau hätten wir das nie geschafft. Achso, hör mal, was ich sagen wollte. Ich hab nur kurz mit ihm geredet. Mit Wienau? Ja, genau. Der war ziemlich daneben. Er hatte schon ordentlich Schmerzmittel drin. Aber er hat mir eine Mail aufs Handy geschickt. Und dann hat er immer wieder dasselbe wiederholt. Andauernd. Und was? Drei von vier. Von Dirk Schmidt. Da läuft ein Bekloppt darum. Oder eine Bekloppte. Ist ja auch egal. Und wer kriegt einen Anruf? Ich. Und als nächstes höre ich Brandanschlag, Hammer, Brandanschlag, Brandanschlag. Und keine Sau stellt die nächstliegende Frage. Was macht der Hammer da? Ey, der geht aber ran. Der Wiener, ey. Das ist ein Typ. Ich schaffe ich schnelle Autos und Luxusrasse. Wie wir es mit einer tollen Geliebten in einem eigenen Apartment-Swingerclub. Oder Sie sind so da auch? Oh Mann. Ja? Und er hat Ihre schmutzige Leidenschaften finanziert? Ja? Aus Liebe? Oder sagen Sie mir, dass er einfach nur korrupt war? Weil es so schön ist. Aber irgendwas brauche ich. Sie, 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 ich schweiße Sie. Bin ich, bin ich. Aber darum geht es nicht. Sonst wären wir uns ja einig. Ich will auch gar nicht wissen, was interessiert mich gar nicht. Sagen Sie mir nur, dass es möglich ist. Ja. Oder nein. Mein Mann hat niemals. Ja. Ja. Oder nein. Niemals auch nur. Ja. Oder nein. Ja. Ja, das ist unter Umständen möglich. Meine Fresse, der hat Nerven. Die Verhörmethode ist ja eher fragwürdig und der zeichnet das auch noch auf. Äh, was ist jetzt daran fragwürdig? Äh, die Frau hatte gerade ihren Mann verloren. Und es gab keinen Hinweis, dass sie was damit zu tun hat. Sie hatte sogar ein Alibi. Sag mal, wart ihr nicht dabei? Das ist noch keine Woche her. Genau. Was heißt das? Vor einer Woche ist hier die Welt zusammengebrochen. Die Stadt war im Ausnahmezustand. Ja, und wir hatten das Gefühl, der Täter schlägt jeden Moment wieder zu. Da kann man auch mal zu fragwürdigen Methoden greifen. Ja, ich muss sagen, da hat Lenz recht. Ausnahmsweise. Gell? Von mir aus. Was ich mich frage. Was hat Wienau mit drei von vier gemeint? Sag mal, Latotzke. Geht's noch? Also, manchmal kann ich es nicht glauben. Manchmal ist es als... Als wenn das Leben auf einmal in Zeitlupe läuft. Ach so. Geht's hab ich jetzt. Dreimal Brandanschlag, einmal Hammer. Genau. Drei von vier. Ich dachte, er meint erst, waren wir zu viert. Und jetzt sind wir nur noch zu dritt. Also, ich bin sicher, dass er das nicht gemeint hat. Aber wenn ich mal so drüber nachdenke, wir sind völlig allein. Wann kommt Scholz eigentlich aus seiner scheiß Kur zurück? Wenn er geheilt ist. Und das kann dauern. Ja. Ja, und du? Wenn Treckerfahrer Eggert nicht der Mörder von Willenweber ist, dann... Ja, gut. Trotzdem geht's aber ziemlich, ähm... Na, ich sag mal... Nach Arbeit an? Ja. Vielleicht sollten wir das LKA anrufen. Wenn wir uns beeilen, können die auf der Autobahn umdrehen. Boah, okay. Ich mein ja nur... So. Jo. Kann mir mal einer sagen, was wir hier wollen? Willenwebersleiche wurde hier gefunden. Da wird man doch wohl noch mal vorbeischauen dürfen. Ich finde, wir sollten da anfangen, wo Wienau aufgehört hat. Stimmt. Aus der Witwe ist bestimmt, was rauszuholen. Da vorne war der Tatort. Und da fangt wir an. Wer sagt das? Mann, 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 Mann. Okay. Okay, aber so kommen wir nicht weiter. Mir ist das mittlerweile egal, aber irgendeiner muss den Hut aufhaben. Irgendjemand muss sagen, wo es lang geht. Mensch, wir können doch nicht über jeden Scheiß diskutieren. Also, wer will Scholz sein, bis Scholz zurückkommt? Hallo, aufzeigen? Was? Keiner? Ja, und jetzt? Was ist, wenn wir wählen? Dann wählt jeder sich selbst. Ja. Und wenn man zwei Stimmen abgeben muss? Hört sich gar nicht doof an. Ach. Ja, also gut. Von mir aus. Hat jemand einen Stift? Ach, Quatsch. Das brauchen wir doch nicht. Du bist es, Lenz. Was? Würdest du mich wählen, da, Trotzke? Im Leben nicht. Dito, Lenz ist es. Deine Chance, Lenz. Und? Was machen wir jetzt? Tja, also gut. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wer geht zur Witwe? Am besten, Latotzke. Du kommst doch am besten klar mit dem Menschenschlag hier. Ja, woher weißt du, dass die von hier ist? Tu, was er sagt, Schatz. So, dann wollen wir mal. Dürfen sich was los hier? Was machen die da? Hey! He is privat here. Feuerpistoy. Guten Tag erst mal. Mein Name ist Lenz. Und das ist Kollegin Ditters. Kriminalpolizei. Wir haben ein paar Fragen. Weißt du, warum Sonne geht im Osten auf und im Westen unter? Äh, jetzt so aus dem Stand nicht, nein. Siehst du, hab ich auch ein paar Fragen. Kriege ich Antwort? Nein. Der Grund, warum wir hier sind? Habt ihr Erlaubnis, kommen auf Gelände? Wir ermitteln einen Mordfall. Habt ihr Erlaubnis? Nein. Siehst du, sag ich. Verpisst euch. Habt ihr Erlaubnis, sag ich willkommen. Gut. Und Sie sind? Wer will wissen? Komm, lass mal den Quatsch, okay? Das ist ganz erfrischend, deine Nummer, aber reicht jetzt auch. Ablamov, Valeriy. Vorarbeiter hier. Und was ist hier? Import, Export, dies und das. Ich gehe mal davon aus, dass das alles genehmigt ist und seine Ordnung hat. Gehe ich auch von aus. Auf dem Gelände hier ist ein Mord passiert. Wann? Vor drei Wochen. Wirst hier seit zwei Wochen und sechs Tagen. Boah, Alter. Hey, du, willst du? Komm, ist gut, ist Wodka. Nee, danke. Was ist? Hast du Fahne? Kann ich mich beschweren? Kommt Bulle, hat Fahne. Jetzt pass mal auf. Wenn du hier noch weiter rumeierst, dann besorgen wir uns den Scheißdurchsuchungsbeschluss. Und dann kommen das Gewerbeaufsichtsamt, das Ordnungsamt, das Gesundheitsamt, das Straßenverkehrsamt, das Russenüberwachungsamt und das Wodkaüberprüfungsamt. Und wenn die mit dir fertig sind, dann sprichst du fließend Deutsch. Ist das verstanden? Hast du echt einen? Hab ich nicht. Aber für dich reicht's allemal. Was wollt ihr wissen? Hallo? Dann sind wir, was machen Sie da? Da ist alles verriegelt und verrammelt. Werden Sie denn überhaupt? Ich wohne hier um die Ecke. Ja, verstehe. Die Hute, die hab ich schon länger nicht mehr gesehen. Die ist ab nach Südafrika. Südafrika, was will die in Südafrika? Gute Frage. Sonne, Strand, Meer, wunderbare Landschaft. Was will die da bloß? Ja, nee, ist klar. Warte mal kurz, Telefon. Hallo, Onkel Herbert. Ja, Georg hier. Ich hatte angerufen gehabt. Was willst du, was brauchst du? Sag mal, können wir uns mal treffen? Morgen im Ratskeller. Ratskeller? Um 8 Uhr. Ja, sieh ja, hör mal, ich freu mich. Tschüss. Tschüss. Brauen Sie mich noch? Ne, danke. Aber wenn die Hute doch nur nach unten ist, dann soll die mich anrufen. Guck, da ist Halle. Kommen Teile aus Litauen, aus Belarus und, äh, wie heißt, äh, Gelsenkirchen. Ah. Bauen wir zusammen. Arbeiter kommen aus Rumänien plus Vorarbeiter aus Russland. Ich. Hast du? Hab ich. Guck, da sind Bauwagen. Schlafen die Rumänen da. Ich Vorarbeiter, ich Hotel. Und zwischen Bauwagen und Halle liegt Leiche. Okay, also habt ihr die Leiche doch gefunden? War nicht zu übersehen. Aber komme ich morgens an, Leiche da, alle Rumänen weg, haben Angst, wollen kein Ärger. Sitzen im Opel Astra und fahren zurück nach Rumänien. Na ja, die sind geflohen. Alle weg. Eine Woche hab ich verloren, weil erst neue Rumänen besorgen. Tja, alte Rumänen, neue Rumänen, das müssen wir alles nachprüfen. Musst du fragen, LKA. Haben alle neuen Rumänen überprüft und alle noch da? Mann, wäre trotzdem schön gewesen, sich mal mit den Original-Rumänen zu unterhalten. Schwierig. Sind alle in Rumänien? Hm. Komm mal kurz, Lenz. Wird. Kleinen Moment mal. Ich bin vielbeschäftigter Mann. Ja, passt schon. Mann, Lenz, hör mal, du musst jetzt mal ein bisschen in die Offensive gehen. Du kannst dir doch von dem Typen nicht so auf der Nase rumtanzen lassen, Mensch. Du, ich kann hier nicht andauernd die Furie rausholen. Also, sollen wir den jetzt mitnehmen? Wir haben doch nichts in der Hand. Das weiß der doch nicht. Mitnehmen kostet nichts. Wir ermitteln in einem Mordfall. Vielbeschäftig. Was jetzt? Ich weiß nicht. Komm, lass uns abhauen. Ja, klar. Gediegener Atmosphäre. Hör mal. Du musst den Pfeffer-Pottast nehmen. Der fällt nur so in den Messer rein. Einmalig. Ja, ist gebombt. So. Bringst du uns bitte zweimal Pfeffer-Pottast und noch zwei schöne Pilzbiere dabei. Ja? Machst du das? Ja. Ach, ja. Ach, was ich fragen wollte. Bist du immer noch mit der Tian Liu unterwegs? Naja, bin ich immer. Die kennt schon bald besser Deutsch wie ich. Wir wünschen uns Kinder. Oh, Spieze. Prösterchen. Prösterchen. Sag mal, als du angerufen hast, da dachte ich, es ist was mit deiner Mutter. Nee, nee, alles gut. Kürze ich wieder die Beine, aber sonst... Ja, gut. Gut. Das ist gut. Also, was willst du, was brauchst du? Zwei Sachen. Ich sag mal so. Wir haben in kürzester Zeit zwei Leute verloren. Ja, ich dachte, der Scholz ist nur auf Kur. Ja, trotzdem. Das geht so nicht weiter. Ja, wenn das so weitergehen würde, wäre ja auch bald keiner mehr da. Ja, ich lach dann andermal. Ihr habt das doch gut hingekriegt. Mit dem Treckerfahrer. Voller Erfolg. Ja, klar, aber da hatten wir auch Hilfe. Also, mit eurer Abteilung da, da kann ich nichts machen. Das macht alle dieser Kramski. Ja, aber Onkel Herbert, ich dachte... Das war schon schwer genug, dich da reinzukriegen. Ja, dann bin ich dir auch ewig dankbar dafür. Weißt du? Ja. Aber wozu eine Polizei, wenn sie nicht sauber arbeiten kann? Sagen wir mal rein theoretisch. Ich kenne da einen. Was soll ich dem denn sagen? Okay, das weiß ich auch nicht. Ich dachte, du hast doch vielleicht eine Idee. So, zweimal Pfeffer-Pontast. Oh, guck dir das an. Und der Trick ist, bisschen Senf dabei. Na, jetzt guck doch nicht so. Ist echt lecker. Ich habe gesagt, du sollst nicht so gucken. Onkel Herbert hat vorgesorgt. Ich habe mir schon so was gedacht. Sag mal, kennst du den Willi Krohls? Schon mal gehört. Der kommt gleich rum. Wie? Was heißt das? Der hat noch eine Ausschusssitzung, aber er hat gesagt, wir sollen ihm noch was übrig lassen. Der wollte die schon lange mal begucken. Und was kann der Willi so? Alles. Der kann alles. Wenn der in Düsseldorf anruft, stehen die alle stramm da. Na, sag mal, du hast gesagt, da wären zwei Sachen. Ja, bestimmt. Die zweite Sache ist der Mord an Willenweber. Was habe ich damit zu tun? Nix, will ich mal hoffen. Aber wir haben eine Tonaufnahme, in der seine Frau sagt, dass der Willenweber nicht ganz astrein war. Und was war nicht astrein? Das hat sie nicht gesagt. Okay, aber das ist total schwer zu erklären. Aber ganz koscher scheint der nicht gewesen zu sein. Weißt du was darüber? Da gibt es mehr Gerüchte, als du Haare auf dem Kopf hast. Aber nix genau und weiß man nicht. Hast du eine Ahnung, was das scheiß Logistikzentrum gekostet hat? Ja, eben. Ja. Das kann doch nicht einfach so pleite gehen. Da stecken doch auch Steuergelder drin. Ja, und nicht zu knapp. Aber was geht dich das an? Na gut, hör mal, wenn du so fragst. Iss, Junge, wird schon kalt. So. Na, das lässt sich doch schon ganz gut an. Findest du? Step by step. Wir sind auf jeden Fall weiter als heute Morgen. Und wenn Latotzke jetzt noch was aus der Witwe rausgequetscht hat. Tja, du, ich hab die gesamten Unterlagen beim LKA angefordert und hab Bescheid gegeben, dass wir den Fall nochmal aufmachen. Und, was haben die gesagt? Ja, nichts. Müller hatte wohl auch schon so eine Idee. Wir sollen erst mal machen und wenn wir nicht weiterkommen, wovon die wahrscheinlich ausgehen, dann... Komm, verdopp mir nicht die Laune. Ja, gut, alles klar. Also, ich geh jetzt nach Hause. Und morgen machen wir mit frischem Kopf weiter. Ja, alles klar. Noch was. Kannst du mir vielleicht etwas weniger offensichtlich auf den Arsch gucken? Das war jetzt das sechste oder siebte Mal heute. Ja, aber also... Das ist er. Wie er leibt und lebt. Den hab ich schon mal gesehen. Den kann man ja auch nicht übersehen. Sag nix. Der macht das überhaupt nicht, wenn man ihn auf sein Körpergewicht anspricht. Ah, hier steckt er. Ich dachte schon, ihr habt euch aus dem Staub gemacht. Willi! Alten Wämser! Komm, lass mich mal dazwischen. Aua, 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 aua. Kär, kär, dat ist ja auch schon wieder her. Und selbst? Oa, muss? Hilft ein nix. Und dat is mein Neffe, Georg. Na, schön. Ud auch Zeit. Ja, äh, also, ja, wat soll ich sagen, sehr erfreut. Dat is gertz richtig nett, dat sie... Ah, sag mal, habt ihr hier schon gegessen? Immer wenn ich hier reinkomme, krieg ich echt Appetit. Hör mal, machst du mir mal ein schönes Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln? Und den Salat, der dabei gehört, den ganzen Masen geben. Und dann ein schönes Glas Weißwein. Man muss sich doch einmal am Tag satt essen. Genau, so ist das. Ich hab gesagt, dass das Zeit wird, weil glaubt man ja nicht, dass wir das nicht mitkriegen mit euch da in eure Taskforce. Was geht's genau? Ja, was, einer zockt, einer säuft, einer handelt mit Möbeln und einer ist jetzt ne eine. Das tut mir übrigens leid mit dem Vorderbohlen, das war ein ganz gerade. Aber der Rest der Bagage ist ein Experiment-Scheiße, ich war immer dagegen. Ja, also, was soll ich sagen, im Prinzip hat das Experiment ja ganz gut geklappt. Nix hat da geklappt. Peinlich ist das. Was sollen die Leute denn von Hand denken? Und jetzt der komische Treckerfahrer. Aber egal, was kann ich für dich tun? Ja, also folgendet, ich hatte Onkel Herbert angerufen, weil, seit Scholz und Vorderbohlen... Genau, das ist auch richtig so. Und warum? Die Taskforce haben, die braucht Führung. Einen neuen, starken Mann. Und es wird ja wohl Zeit für ein Talent aus der Umgebung, oder? Ein Eingewechs. Einer mit Starrgeruch. Aller Totzke. Äh, nee, das meine ich nicht. Mir geht's gut, ich wollte noch wissen, wo ich dran bin. Außerdem hat Onkel Herbert gesagt, dass alle Entscheidungen von Kramski getroffen werden. Da hat dein Onkel Herbert recht. Das stimmt. Aber die Entscheidungsfindung von Kramski, da kannst du was dran machen. Pass mal auf. Dein Onkel Herbert hat dir einen ganz langen... Arm. Aber meiner. Mein Arm, der ist noch länger. Ja, Willi hat den Letzten. Ah, ich sag mal so, in Hamm sind fast alle kürzer. Ah, natürlich wäre das nicht leicht und man müsste auch ordentlich Strippen für dich ziehen. Aber warum nicht? Was sagst du? Gut, also... Aber du müsstest mir natürlich auch ein bisschen entgegenkommen. Äh, als da wäre... Zuerst mal hört das auf, dass du dir günstige Gebrauchtwagen schießt. Das sieht nicht gut aus, wenn man so einen Posten hat. Wenn du denn eh 34 meinst, dann... Eh, mein ich. Das war das letzte Mal. Keine Schlitten mehr, die mal irgendwelchen Straftätern gehört haben. Und noch was. Die Sache mit Willen, Weber. Die gehen wir mal ganz entspannt an. Was meinst du? Ich meine... Guck dir mal das Schlitze an. Guck dir das an. Ja, ja, ja. Für euch noch was zu trinken? Hier, mach mal das Gleiche nochmal. Alles auf meinen Deckel, danke. Oh. Ich meine, ich brauche das nicht. Das Hamm alle naselang durch die Presse geht. Der bekloppte Brandbombenleger reicht fürs Erste. Was, du willst das unter den Teppich kehren? Ich hab gesagt, entspannen. Unter den Teppich kehren war keine Rede. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ah, ich aber. Ich muss mal zur Ruhe kommen. Okay, man. So, das kann man doch nicht einfach so entspannt machen. Entweder man ermittelt oder nicht. Hör zu. Wenn du den posten willst, dann sieh zu, dass du einen Mittelweg findest. Das könnte der erste Test sein. Ob du geeignet bist, ob man sich auf dich verlassen kann. Was guckt der denn jetzt so? Ja, wie entspannt darf der denn sein? Und denk drum, dann kannst du dir gleich wieder abgewöhnen. Guck mal. Siehst du, das Schnitzel? Und hier dieser Delle, wenn ich das Schnitzel bin, da bist du... Komm, Junge, träg dir noch einen Pilz kennen, dann geht's dir besser. Und schlaf mit deiner hübschen Frau drüber und gut isst. Also, wenn ich den Scheiß schon sehe, ne? Was machen die aus dem Osten hier? Gibt's keine Deutschen, die das können? Was ist jetzt? Ja, scheint sauber zu sein. Ist angemeldet und genehmigt. Das gesamte Logistikzentrum wurde von einer Firma übernommen. Jelena GbR. Na also, aber die haben doch nicht den Klotz da auf die grüne Wiese gesetzt, damit die Jelena GbR es warm hat. Nee, nee, also die sind rein, nachdem die Holdinggesellschaft, die das Logistikzentrum gebaut hat, in Konkurs gegangen ist. Und Willenweber war am Genehmigungsverfahren beteiligt. Tja, es gab da diverse Beteiligungsgesellschaften und auch eine mit der Stadt. Das ist alles nicht illegal, hat aber einen ziemlichen Beigeschmack. Naja, und deshalb wurde auch alles noch einmal durchgeprüft. Und? Ja, nichts und. Konkurs ist Konkurs. Die offizielle Version ist, Moment, das habe ich hier in dem Ordner. Augenblick, ja. Die Konjunktur hat sich so dramatisch und unvorhersehbar verschlechtert, dass das Logistikzentrum nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Tja. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Und das alles vor der Mittagspause. Naja, also das LKA hat eine Akte dagelassen. Ah, wo warst du? Was ist los? Wozu geht's ins Schiff raus, oder was? Hey, hey, hey. Bleib mal locker, ja? Ja. Nur mal ein bisschen hingelegt. Ich schlafe nicht so gut in letzter Zeit. Ja, passt schon. Übrigens, wir haben uns das Logistikzentrum mal angeguckt. Da schrauben irgendwelche Typen irgendwelche Sachen zusammen auf einem Gelände. Groß genug für ein Fußballstadion. Ich sag dir, da ist was oberfaul. Da sieht ein Blinder, dass da was nicht stimmt. Sicher? Sicher. Willenweber ist ja nicht unglücklich hingefallen. Der wurde brutal ermordet. Irgendwem sind die Sicherungen durchgebrannt. Das LKA hat uns ordentlich Unterlagen dagelassen. Wir müssen uns da nur durchkämpfen. Irgendwo in den Akten ist vielleicht der Schlüssel. Ja, dann. Hör mal, Herr Totzke. Wir brauchen dich. Du bist der Mann mit der Ortskenntnis. Und ich meine jetzt nicht den Stadtplan. Du kennst doch hier jeden und alles. Wenn hier ein richtig krummes Ding gelaufen ist, dann kriegen wir sicher Gegenwind. Aber stell dir mal vor, wir knacken das. Ohne Scholz, ohne Vorderbäum, ohne Wienau, ohne LKA. Naja, jedenfalls fast ohne. Nur wir. Ja, gut. Sicherlich. Das wäre natürlich super. Ja, also los. Kannst du dir mal die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften angucken? Vielleicht kommt dir irgendjemand bekannt vor. Ich habe schon mal vorsortiert. Wotah ist das denn, geht's? Ich meine ja nur. Ja, was meinst du nur? Weil ich selber zu doof bin zu sortieren, oder was? Was ist denn los mit dir? Nix. Okay, wisst ihr was? Ich muss doch mal kurz was erledigen. Dann kümmere ich mich darum. Okay, aber mach nicht zu lange, ja? Bitte? Oh, sorry. Nein, nein, lass dir Zeit. Mach so lange du willst. Das will ich malen. Tschüss. Hey, was machst du da? Ja, wie sieht das denn aus? Ja, darfst du dat? Nee, aber wenn einer fragt, sag ich der Nachbarwaret. Ey, komm Alter, du kannst doch nicht. Kollege, jetzt bleib doch mal locker. Wird schon alles glatt gehen. Sag mal, sag mal, kannst du nicht irgendetwas anfangen, was leer macht? Ja, ich könnte Rasen mähen. Das ist eh fällig. Ja, super. Hau rein, nimm mal. Hallo? Hi. Frau Wilmweber. Hallo, ist da jemand? Hallo? Ach doch. Ja, hi. Georg, bist du das, Georg? Ja. Alles klar. Wo bist du? Ja, ich bin gerade, bin unterwegs. Und, also du hast mich angerufen, was ist denn? Nee, ich, ich wollte es. Pass auf, sorry, das hat sich schon erledigt. Nee, sag ruhig. Nee, 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 wirklich, das hat sich erledigt. Okay. Ich bin ja gleich zurück. Jo, tschüss. Tschüss. Oh, scheiße. Scheiße. Junge, was ist? Guck mal, ich bin hier bei Wilmweber. Bei Ihnen zu Hause. Ich dachte, ich gucke da mal nach. Ich hatte da so ein komisches Gefühl. Und jetzt bin ich hier im Wohnzimmer und auf der Couch da liegt Ute Wilmweber und riecht ziemlich streng. Ja und? Was habe ich damit zu tun? Nee, ich hoffe mal, du hast damit nichts zu tun. Kramski ist unter Umständen einverstanden. Was heißt unter Umständen? Er hat was von neu organisieren erzählt und so weiter. Aber im Prinzip findet er neuerdings auch, dass du der Richtige bist. Neuerdings? Genau. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du da so der Mitläufer bist. Was ist das überhaupt mit deinem Nebenjob, Tiss Jockey? Ist das genehmigt? Nein, das ist kein Job, das ist ein Hobby. Ob das genehmigt ist, habe ich gefragt. Nicht, dass ich wüsste. Hast du schon deine Kollegen angerufen, wegen der Frau? Nee, noch nicht. Siehste? Was sehe ich? Das ist doch schon mal ein Schritt. Erstmal bei Willi Kronz anklingeln. Glaub mir, das geht noch mal ein paar Schritte. Dann bist du da. Ja, Tabletten? Ich weiß nicht. Sieht schwer nach Unfahrung oder Selbstmord aus. Ja, aber es muss nicht sein. Da geht einiges. Ich habe mal in Düsseldorf eine Tagung besucht. Ihr würdet euch wundern. Schon komisch. Der einzige Mensch, der zumindest eine halbe Einlassung abgeliefert hat. Ja, macht einen Abflug. Das hast du schön gesagt. Und jetzt, wie machen wir weiter? Keine Ahnung. Wie lange ist die Frau jetzt tot? Ein paar Tage. Und Angehörige gibt es offensichtlich auch nicht so viele. Tja, dann... Du willst das liegen lassen? Nein, ich will das nicht liegen lassen, aber guck doch mal auf die Uhr. Es gibt doch wieder eine Nachtschicht. Wie sollen wir das alles bewältigen? Also, ich würde gerne einen Willenwebermord nach dem anderen aufklären. Okay, eins nach dem anderen. Wir können ja erst mal auf den Obduktionsbericht warten. Sag mal, Georg, hast du dir mal die Liste mit den Gesellschaftern angeguckt? Hat nichts geklingelt. Echt nicht? Schade. Also, da habe ich wohl deine Ortskenntnis überschätzt. Ja, hasse wohl. Kommt einer mit zur Ecke? Ich brauche eine Currywurst. Nee, lass mal. Nee, ich habe was dabei. Na gut, dann. Bis später. Tschüss. Sag mal, was ist mit dem? Der hat einen Tief schon die ganze Zeit. Ich glaube, das ist ihm nahegegangen, dass sein Hamm durch die ganze Presse gegangen ist. Ja, gut. Aber in den letzten Tagen ist er noch tiefer im Tief. Vielleicht braucht er mal Urlaub. Also, zu zweit können wir Gans einpacken. Wie soll das gehen? Weiß ich doch auch nicht. Und was machen wir, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Nee, 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 nee. Das ist mir echt noch zu früh. Ich rufe jetzt nicht das LKA an. Ist eh schon spät. Ja. Willst du auch was? Wie meinst du denn das? Ach so. Ja. Danke. Komm mit. Was ist denn da drauf? Ich habe einmal Guacamole und dann noch gebratenen Halloumi. Halloumi? Ja, Halloumi. Das ist doch dieser Kameltreiber-Käse. Genau. Frisch vom Kamel gefallen. Probier mal. Spacken. Na gut. Ja. Also. Geht durch den Hals. Ja. Geht durch den Hals. Ja. Geht. Geht schön durch den Hals. Weißt du was? Was weiß ich? Ich glaube, dein Käse hat mich auf eine Idee gebracht. Wie hat er das denn gemacht? So. Jetzt zeige ich dir mal, wie Lenz in die Offensive geht. Von wegen auf der Nase rumtanzen lassen. Hey, wo willst du hin? Lässt du mich jetzt hier sitzen? Machst du dich vom Acker? Oh Gott, Lenz hat eine Idee. Du damit eins klar ist. Also ich hocke jetzt hier nicht alleine rum und... So. Also. Nochmal. Die Leiche lag genau wo? Auf Boden. Die Leiche lag genau auf Boden. Ja. Also. Mit deinen Kinderportionen kommen wir nicht weiter. Hast du noch Termin? Tja. Wenn du mich so fragst. Ich habe mir überlegt, ich sauf dich unter den Tisch und dann gehe ich wieder arbeiten. Aber vorher. Vorher erzählst du mir alles, was du weißt. Hier. Nimm Stift. Schreib Adresse auf. Gebe ich Taxifahrer, wenn wir dich im Kofferraum gepackt haben. Eine Woche. Was eine Woche? Eine Woche nach dem Konkurs wart ihr schon da. Und seitdem schraubt ihr hier rum. Und? Wir schnelle Truppe. So schnelle Truppen gibt's nicht. Was fragst du mich? Ich bin Vorarbeiter. Ich bin Vorarbeiter. Scheiß bist du. Irgendwie steckst du damit. Ich weiß nur noch nicht wie. In Russland sagt man, Verdacht ist gut, Beweis ist besser. Doch hör mal. Hör doch mal her. Komm mal her. Mir ist das doch völlig egal, was ihr hier so zusammenbaut. Ich komme doch nur, wenn Leichen auf dem Boden rumliegen. Komm, trink. Dann liegt hier bald Schnaps. Leiche. Alter, jetzt fängt er aber langsam an zu wirken, dein Stoff. Soll ich rufen, Ambulanz? Beugehaft. Washaft? Pass mal auf, wenn ich beweisen kann, dass du irgendwelche Informationen zurückhältst, dann kann ich dich so lange einsperren, wie ich Lust hab. Hab ich Anwalt? Hab ich Richter. So, warte mal, ich muss mal kurz aufstehen. Ich muss mir, glaube ich, mal die Beine ein bisschen vertreten. Sei vorsichtig. Kennst du das Gefühl, wenn dir manchmal die Beine so ein bisschen nicht mal so richtig da sind? Gebe ich dir guten Rat. Darfst du nicht aufstehen. Oh, 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 oh. Alter, oh, oh, oh. Bulle geht kaputt. Merk dir eins, mein Freund, du. Die Dinge sind manchmal nicht so, wie sie scheinen. Hast du mich gehört? Hey, du. Hey. Ich rede mit dir. Hey, du. Hey, du. Ich hab gesagt, nicht scharf machen. Und was macht der Panemann, ey? Scharf. Und dann sagt er, die werden immer so scharf. Und wenn er richtig scharf macht. Ich hab noch Coca-Camole. Ja, ey, darum geht es doch gar nicht. Nichts klappt. Alles geht den Bach runter. Jeder macht doch, was er will. So hat kein Gemeinschaftsgefühl mehr. Ja, ja. Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Aber ob man das an einer Currywurst festmachen kann? Was ist denn noch? Irgendwas stimmt doch nicht bei dir, oder? Dieter, weiß er. Was? Na, nun komm schon. Oh, nee. Jetzt. Warte mal. Ich muss da dran. Das ist Lenz. Lenz? Was? Ich glaub, ich bin gelähmt. Okay. Was ist denn? Er sagt, er ist gelähmt. Warte, sollen wir einen Krankenwagen rufen? Ich weiß nicht, er klingt ganz glücklich. Lenz, bist du noch da? Lenz? Okay, Lenz, mach doch keinen Scheiß. Lenz! 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 Hier! Alter, ey. Okay, was machst du denn? Es läuft alles nach Plan. Ich muss hier nur irgendwie hochkommen. Was ist denn mit der Blamow? Ist der tot? Nee, nee, der, der verträgt nur keinen Alkohol. Du hast mit dem gesoffen? Ja, schon mal was von Kampftrinken gehört. Wobei, ich glaube, der hatte wohl schon einen kleinen Vorsprung. Sag mal, hast du sie noch alle? Ach, Quatsch. Das gehört doch alles zum Plan. Zieh mal seinen Armel hoch. Zieh mal seinen Armel hoch. Und dann? Ja. Mach mal. Okay, der hat eine Tätowierung. Jelena. Ja, ja, der kleine Russe. Siehste? Was sehe ich? Ich weiß, was ich tue. Ich sag euch, der Typ ist nicht sauber. Aber, ne, überleg doch mal, wer tätowiert sich denn seinen Arbeitgeber auf dem Arm? Aber wir werden hinter sein schmutziges Geheimnis kommen. Wir werden ihm, wir werden ihm die Maske abweißen. Oder, oder ich mach mir Kripo-Hammer auf dem Rücken. Meine Fresse, ey. Bin ich im Irrenhaus gelandet? Du hast ja echt die mehr, Alla. Lenz. Ich brauche auch mal ein bisschen Vertrauen. Leute, mal ganz kurz Fresse halten. Schaut mal, was ich hier habe. Ja, was ist das? Ein Zimmerschlüssel? Ja. Unser Hotel. Und? Ja, wir können den armen Mann doch nicht einfach hier liegen lassen, oder? So, nee. Das wäre ja unmenschlich. Wir müssen den aus dem Teamzimmer bringen. Ja, und, äh, was ist mit mir? Äh, eins nach dem anderen. Komm mal, Latotzke. So, eins, zwei, drei. Oh, sechs, zwei, drei. Ey! Oh, sieh, zwei, drei, drei. Was? Was? Du kennst mich da jetzt nicht? Ey! Wann hat der denn das letzte Mal gelüftet? Ja gut, ist ja nicht gar eine Nobelherberge hier. Kennst du den Laden? Pension zu mir schon, klar, kennt jeder, wird gerne genommen. Wenn man sich mit seiner Sekretärin trifft oder unter Kollegen, also nicht, dass du denkst. Ich denk nicht, ich hör nur zu. Hi, guck mal, ein Safe. Ach, Scheiße. Den krieg ich auf. Hä, wie das denn? Warte mal ab, pass mal auf. Ja? Ja, Hannes? Ja? Warte mal kurz. Ja klar. Der heißt echt Hans Hirsch. Die Eltern hatten nur eine an der Waffel, oder? Hör mal Hannes, pass mal auf. Oh Gott. Ich hab den Russen jetzt hier auf Zimmer 11 abgelegt und wie ich so hier stehe, fällt mir wieder ein. Weißt du noch, wie damals ein heiliger Diener Gottes in deiner Pension? Der Monsignore. Genau, der Monsignore. So sieht das aus. Weißt du also noch, schön. Ja. Und wie du mich damals inständig gebeten hast. Natürlich. Weißt du auch noch, sehr schön. Oh. So, und jetzt steh ich hier im Zimmer 11. Ja. Und der Safe geht nicht auf. Ich komm direkt hoch. Der kommt. Nicht schlecht, Latotzke. Ja. Ich hab richtig Potenzial. Weil du immer einen kennst, der einen kennt, hm? Wie auch immer. Weißt du, was mich wundert? Ne, sag es. Du bist der einzige, der offensichtlich nicht Chef werden will. Ja, vielleicht bin ich mehr so ein Zuarbeiter. Ja, bist du das? Bin ich. Aber ich arbeite nicht jedem zu. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Kann ich verstehen. Mhm. Mhm. Was willst du denn das? Hast du in letzter Zeit mal bei Kramski angerufen? Und dich so ein bisschen ins Gespräch gebracht? Ja, das kann schon sein. Und du? Ja, nicht nur einmal. Du willst echt Chef werden? Ne, eigentlich nicht. Ich will nur nicht, dass einer von euch beiden Chef wird. Geht mir genauso. Sag mal, meinst du, das ist die richtige Motivation, um einen guten Job zu machen? Was willst du? Kramski hat mich gestern zurückgerufen. Ja, und? Hörte sich komisch an. Er sagt, es sei noch nichts entschieden. Und dann sprach er von, ähm, politischem Druck. Politischer Druck? Politischer Druck. Mehr hat er nicht gesagt. Aber eine Frage. Wer ist in der Lage, politischen Druck ausüben zu lassen? Die Frau, die fünf Jahre ausgesetzt hat? Der Mann, der 14 Stunden am Tag Hacke ist? Oder der, der einen kennt, der einen kennt? Ja, und wenn? Äh, kleinen Moment noch, Hannes. Mann, Dieter, was ist dein Problem? Wir sind's nicht, Georg. Ich nicht, du nicht, Lenz nicht. Hamm ist der Ort der letzten Chance. Und die Chance können wir nur nutzen, wenn wir zusammenhalten. Ja, oder weil du keinen kennst, der einen kennt. Weil wenn wir alle drei einen richtig guten Tag haben, sind wir zusammen so gut wie ein guter Bulle. Und nur dann. Aber immerhin, ein guter Bulle kann eine Menge reißen. Scheiße. Denk mal drüber nach. Bitte, Selma. Du warst doch früher nicht so einfühlsam. Früher habe ich nur an mich selbst gedacht. Ich denk drüber nach. Hör mal, Hannes. Kannst reinkommen. So, Kinder, dann rufe ich mal den Staatsanwalt an und erzähle ihm von unserer neuen, genialen Ermittlungsmethode. Das wäre doch was fürs Lehrbuch. Wenn wir mit einem Verdächtigen nicht weiterkommen, saufen wir ihn bewusstlos. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Und brechen danach in sein Hotelzimmer ein. Ja, und dann knacken wir sein Safe. Ach, mein Schädel. So, jetzt spannt mich mal nicht so auf die Folter. Was war denn in dem Safe? Die Unterlagen für die Genehmigungsbehörden und ein Handy. Ah, dein Zweithandy. Exakt. Ich habe das schon in der Kriminaltechnik abgegeben. Die werden das sicher knacken. Ja, da seht ihr mal, wenn ich ihn nicht schachmatt gesetzt hätte. Puh, und noch was? Ja, pass gut auf. Aus den Unterlagen geht der vor, dass der Jelena GPR 90% des Logistikzentrums gehören. Die haben das ganz günstig aus der Konkursmasse übernommen. Und die Differenz zahlt der Steuerzahler. So, und wem gehört Jelena? Zum einen Valerie Ablamov und dann noch seine Frau. Die heißt, dreimal darfst du raten, Jelena. Und dazu kommen noch zwei stille Teilhaber. Ah, stille Teilhaber, das ist doch was für das LKA. Weil die haben Spezialisten für Wirtschaftskriminalität. Jetzt warte mal kurz und hör zu. Für einen der stillen Teilhaber wurde vor drei Wochen ein Erbschein beantragt. Aha, Willenweber. Genau, und damit haben wir drei von vier. Und ein Motiv, da will jemand, koste es was es wolle, im Dunkeln bleiben. Und jetzt? Ah, und jetzt, ja, und jetzt. Tja, wir rufen den Staatsanwalt an. Ne, 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 nix. Willenweber war ein hoher Tier. Wenn wir da geht's anfangen zu ermitteln, dann geht Ham doch schon wieder durch die Presse. Hast du ne bessere Idee? Das kann man wohl sagen. Ich hab ein bisschen nachgedacht. Sobald du da am Ruder bist, musst du mal durchgreifen. Hier, da kannst du einen Ruf lassen. Ich lass dich straff versetzen und rum mit zwei Neue. Guter Mann. Geht's mal andersrum. Irgendwas stimmt doch da wirklich nicht. Was meinst du? Ja, ich mein erst die Pleite, dann die Übernahme und dann der Mord an Willenweber. Willenweber hat seine Frau betrogen und die hat ihm das Licht ausgeblasen. Ah, du weißt doch, wie Frauen sein können. Wie klingt das? Ja, zu schön, um wahr zu sein. Na, siehste. Nochmal Pfeffer-Potters? Nee, danke, hör mal, die Matsche liegt mir immer noch im Magen. Ich will auch hier so einen Schnitzel. Dann zweimal als Schnitzel, bitte. Sehr gern. Und weißt du was? Ich will noch mehr als ein Schnitzel. Was willst du denn? Ich will wissen, wer der vierte Teilhaber der Jelena G.B.R. ist. Jelena? Ja. Nie gehört. Mensch, Willi. Hm? Wat? Okay. Guck mal, da lügt ja unsere Putzfrau besser, wenn die das Männerklo vergessen hat. Sag mal, hast du sie noch alle? Siehste? Ich hab schon wieder einen Schritt gemacht. Pass mal gut auf. Wenn du mir hier krumm kommst, dann ist das alles ganz schnell vorbei mit uns beiden. Grunds mit uns beiden ist sowieso schon alles vorbei. Und weißt du auch warum? Du hast auch einen Schritt gemacht. Aber leider in eine ganz, ganz beschissene Richtung. Du glaubst mir nicht? Pass mal auf, das kostet nicht ein Anruhen. Bei wem? Bei Kramski? Oder auf Valerie Ablamovs Zweithandy? Na, Totzka hatte erwähnt, dass du fett bist, aber von doof war keine Rede. Tag, ditters mein Name. Und das ist Kollege Lenz. Freue dich schon mal auf dein Schnitzel. Wird das letzte gute Schnitzel für längere Zeit. Nee, nee, nee. Schön sitzen bleiben, ja? So. Du hast den Schritt zum Mörder gemacht. Und wir können das beweisen. Wir haben Ablamov, wir haben das Handy. Und wir haben ein ziemlich starkes Motiv. Grunds. Nun sagt doch immer was. Ich glaube euch kein Wort. Dann furzt habt ihr. Kann ich verstehen, dass du so denkst. Ist ja eigentlich auch alles ziemlich glatt gelaufen. Und dann kam Dietmar Eggers. Traktor-Terrorist? Was hat der denn damit zu tun? Der hat eine Brandbombe auf das Logistikzentrum geschmissen. Und plötzlich war das Ding Stadtgespräch. Ausgerechnet, als ihr gerade so einen schönen glatten Konkurs betrunken gelegt habt. Und Willenweber kriegt kalte Füße. Der rastet aus. Vielleicht wollt der sogar auspacken. Ne? Hat er euch gedroht? Das könnt ihr nicht beweisen. Ja, dat sehen wir dann. Ich ruf jetzt meinen Anwalt an. Mach dat. Eins noch. Willst du wissen, was ich dir bei dem ganzen Scheiß echt übel nehme? Ja, erzähl mir alles. Das mit Ute Willenweber. Das hätte es ja echt nicht machen dürfen. Entschuldigung. Einmal zwei Pilz hier. Will sonst noch irgendeiner was? Ja, Pfefferminz, die. Ich glaube, ich habe mich erkältet in der scheiß galten Halle. Hör mal, die Frau, die hat doch niemanden was getan. Das war der scheiß Russe. Alle beide. Ich bin gespannt, was Ablamov dazu sagt. Ich habe mit dem Morgen nichts mit zu tun. Wir lassen gerade dein Haus durchsuchen. Ich hoffe für dich, dass du deine Klamotten losgeworden bist, nachdem ihr Ute Willenweber vergiftet habt. Zweimal das Wiener Schnitzel. Nee, Herr Lisa. Was ist? Keinen Appetit mehr? Mh. Oh. Mh, was ne Banane. Mh. Verblattendes Pilz. Drei von vier. Von Dirk Schmidt. Lenz, Matthias Lea. Latotzke, Sönke Möhring. Ditas, Christine Prejon. Onkel Herbert, Uli Krohn. Willi Krohns, Thomas Grutmann. Valeria Blamow, Dimitri Bielow. Wienau, Bernhard Schütz. Ute Willenweber, Rosa Enskat. Nachbar, Dirk Schmidt. Kellnerin, Elena Böken. Technische Realisation, Gertrud Glosemeyer, Mechthild Austermann und Günter Kasper. Regieassistenz, Sascha von Donath. Dramaturgie, Thomas Leutzbach. Musik, Rainer Quade. Regie, Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2021 für den ARD Radiotatort.